Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ähm, Roblox, äh ja, Roblox Nikos Next Box Bots, Nikos Next, naja, ihr wisst, also das Spiel hier meine ich, das spielen wir heute, und diesen Namen kann ich einfach nicht ausdrücken. Naja, ähm, das Spiel spielen wir heute Nikos Next Box Bots, ähm, ja, ist ein Horrorspiel, also, falls ihr keinen Horror mögt, äh, guckt euch andere Videos von mir an, und ja, heute kommt noch ein Horrorvideo, ja, falls euch das Video gefällt, dann hoch, falls es euch nicht gefällt, dann runter, abonnieren, damit ihr keine weiteren, coolen Videos mehr verpasst und die Glocke aktivieren, keine Ahnung warum, aber bitte mal aktivieren. So, jetzt hätte ich gesagt, jetzt geht's mit dem Video. Naja, wie gesagt, ist Horror, also guckt euch das besser nicht an, wenn ihr von hier rauskommt. Ich hatte anfangs auch Angst vor diesem Spiel. Ich hab das erst gestern angefangen zu spielen, und, äh, fand es eigentlich so... Ich fand es zwar die ersten 10 Minuten gruselig, aber eigentlich die Reste Zeit, ja, weiß ich nicht. Okay. Na ja, zwar... Bro, Bro, ich war im Freio. Ich war im Freio. Oh, ne, Sonic. Sonic, jetzt riechst du schnell. Ähm, ja. Ähm. Ähm. Ihr habt ja mal so, ähm, die Videos gesehen, wo ich so, ich dachte, Sonic wäre jetzt getrennt in der Safe Zone. Ähm. Ja, ihr habt mal so gesehen, wo das hier kam. Und ja, das habe ich jetzt mit einer neuen App gemacht. Die hat mein, äh, Freund mir vorgeschlagen. Der hat in die Beschreibung reingeschrieben, äh, ja, das heißt, äh, die ist das, das heißt YouCut. Und ja, ich verlinke euch das nochmal. Also nicht verlinke, sondern... Ich schreibe es einfach mal in die Beschreibung rein, YouCut, und dann, ähm, könnt ihr das auf, äh, man, dann könnt ihr das auf, ähm, Playstore suchen. Einfach nur YouCut. Einfach nur abschreiben. Und dann ist es eigentlich auch schon, schon sofort da. Und damit tue ich und mein Freund, äh, die Videos schne... Mit so einem Look in diesem Spiel. Ja, Videos schneiden. Und ja, ich glaube, dass, äh, die zwei Videos gehen nicht lange, weil... Ähm... Oh, mein Gott, habt ihr das gesehen? Ich bin einfach unter ihm durchgeslidet. Ja, wie gesagt, die Videos gehen nicht so lange, weil... Ich muss jetzt gleich essen und ich mach jetzt schnell die Videos. Okay, ich wollte gerade an ihm vorbei. Das Tor ist zu. In mir. Ich kann... Mann. Könnt ihr mal aus dem Weg gehen, Alter? Also? Ja, ich kann zwar hier bleiben, aber ich muss dort hinten hin. Ich kann nicht hier bleiben, aber ich muss nach da hinten hin. Ich weiß es nicht, dass die, äh, das Schönste, aber okay. Ähm... Naja, ich muss dorthin. Auf, auf. Spam auf. Das ist zu viel. Salary. Mann, können wir mal aufholen. Ich muss da dritt rein, weil da ist man am sichersten, glaube ich. Kapitän, unterstrich ich mir. Ich muss hier rein. Weil dann komm ich ins Lager und dort ist es immer so schwamm. Oder ich kann auch. War dann nicht ab? Okay. Ich muss hier rein. Ich muss hier rein. Ja, das ist... Ja, das ist... Hallo, das ist Ihr Former President Barack Obama. Und ich möchte euch erzählen wie ein paar Beep-Bots. Mit ein bisschen L-D. Ja, das ist... Was ist das? ich glaube ich muss jetzt gleich schon mit dem video war ja wohl langweilig jetzt aber ins lager jetzt wird spannend glaube ich ich habe von anfang an gesagt macht jetzt am besten aus weil ich glaube jetzt gleich kommt okay ich würde euch auszumachen oder dass die taschenlampe ja leute falls euch das video gefallen hat daumen runter abonnieren damit ihr keine weiteren kunden mehr verpasst und die glocke aktivieren keine ahnung warum aber bitte mal aktivieren soll jetzt hätte ich gesagt bei bei leute es kommt noch ein horror video ja tschau moin leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge roblox ja roblox nikos next box bots nikos net naja ihr wisst also das spiel hier meine ich das spielen wir heute in diesem namen kann ich einfach nicht ausdrücken naja das spiel spielen wir heute nikos next box bots ja ist ein horrorspiel also falls ihr keinen horror mögt guckt euch andere videos von mir an und ja heute kommt noch ein horror video ja falls euch das video gefällt dann hoch falls euch nicht gefällt dann runter abonnieren damit ihr keinen weiteren kunden mehr verpasst und die glocke aktivieren keine ahnung warum aber bitte mal aktivieren soll jetzt hätte ich gesagt jetzt geht's mit dem video video naja wie gesagt ist horror also guckt euch das besser nicht an wenn ihr kommen herunterkommen ich hatte anfangs auch angst vor diesem spiel ich habe das erst gestern angefangen zu spielen und fand es eigentlich so ich fand es zwar die ersten zehn minuten gruselig aber eigentlich die rest der zeit ich war im freio ich war im freio ohne sonik sonik geht es richtig schnell Ähm, ja. Ähm, sorry. Ähm. Ihr habt ja mal so die Videos gesehen, wo ich so... Ich dachte, Sonic wäre jetzt hier drin in der Safe Zone. Ähm... Ja, ihr habt mal so gesehen, wo das hier kam. Und ja, das habe ich jetzt mit einer neuen App gemacht. Die hat mein, äh, Freund mir vorgeschlagen. Der hat in die Beschreibung reingeschrieben, äh, ja, das heißt, äh, die ist das, das heißt YouCut. Und ja, ich verlinke euch das nochmal, also nicht verlinke, sondern ich schreibe es einfach mal in die Beschreibung rein, YouCut. Und dann, ähm, könnt ihr das auf, äh, man, dann könnt ihr das auf, ähm, Playstore suchen. Einfach nur YouCut. Einfach nur abschreiben. Und dann ist es eigentlich auch schon, schon sofort da. Und damit tue ich und mein Freund, äh, die Videos schne... Mit so einem Blick in diesem Spiel. Ja, Videos schneiden. Und ja, ich glaube, dass, äh, die zwei Videos gehen nicht lange, weil... Ich muss jetzt gleich essen und ich mache jetzt schnell die Videos. Okay, ich wollte gerade an ihm vorbei. Ach! Ach so. Schissen. Mami, Schissen. Tschüssüss. Den. Das Tor ist zu. 9,5-Mami, Schissen. Haben wir Caroline recht? Komm? Können die mal aus dem Weg gehen, Alter? Also... Ja, ich kann zwar hier bleiben, aber ich muss dort hinten hin. Ich kann nicht hier bleiben, aber ich muss nach da hinten hin. Ich weiß es nicht, das Schönste, aber okay. Ähm, naja, ich muss dorthin. Auf, auf. Spam auf. Das ist ja für mich. Salud. Man kann hier mal aufholen. Ich muss da dritt rein. Weil da ist man am sichersten, glaube ich. Kapitän unterstrichen. Ich muss hier rein. Weil dann komme ich ins Lager und dort ist es immer so spannend. Oder ich kann auch. War da nicht ab? Okay. Und dann muss ich auch noch mal. Das ist ja. Ja, das ist ja. Hallo, das ist Ihr Former-President Trump, Obama. Und ich will Ihnen einfach mal auf dem Buchstaben. Und ein bisschen O.M.D. Ja, das ist ja. die das ist ich liebe es gestorben ich glaube ich muss jetzt gleich schon mit dem video war ja voll langweilig jetzt aber ins lager nein hinter ran jetzt wird es spannend glaube ich ich habe von anfang an gesagt macht jetzt am besten aus weil ich glaube jetzt gleich kommt okay ich würde euch jetzt empfehlen auszumachen oder das ich lasse die taschenlampe für euch an sag dich doch ja leute falls euch das video gefallen hat falls es euch nicht gefallen hat daumen runter abonnieren damit ihr keine weiteren Kunden mehr verpasst und die Glocke aktivieren keine Ahnung warum aber bitte mal aktivieren so jetzt hätte ich gesagt bye bye und by the way es kommt noch ein Horrorvideo ja ciao ciao